Was, du bist behindert? Alles klar! Ja, okay, let's start! 3, 2, 1, GO! Yay! Huh? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Oh, wow! Warte, ich bin auf dem Desktop, Digga! Was ist hier los? Scheiße! Pssst! Pfff! Groß Orks und Goblins, Kuhlen und Geistern, Königen und Erkundungen, aber zuvorderst von Zauberern und Wamp... Na, von Zauberern, eh! Es war einmal ein Land, Name Midgard. Dort lebte ein mächtiger Zauberer namens Krimnir, denn es drängte, die Magie in all ihren Formen zu beherrschen. Mit diesem Wissen um Zaubersprüche aus längst vergessenen Zeiten... Krimnir! Oh! 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 Und das alles nur wegen seines gefährlichen Wissensdurstes! Da Krimnirs und enorme Ambition und zerspäcktert da lang, war die Welt sicher! Wieder ein... Oh! Oh, ja! Dörfern! Und abgesehen vom Kriegsherrn Kahn, der die Orksstämme vereint hatte und nun die Prachtstadt Havindir bedrohte! Bedrohte! Und im dunstigen Klanze von Schloss Aldirheim, dem Sitz des Orders, schickte sich ein brillanter Lehrmeister mit seinen Eliteeleven an, zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte! Und zwar... Für immer! Och! Och! Jeldr�! Ich batzen! haben die ojel er die die schwarzen haben die 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 spazen haben die die ja und damit hallo und herzlich willkommen Alter bin ich übersteuert scheiß drauf ich glaube ich bin im falschen spiel wieso denn ja weil ich ein space marine bin na und na und jetzt red mir bitte nicht in meine wundervolle begrüßung rein ja es tut mir so leid es tut mir so leid ich halt's mal holen na endlich ähm was hab ich eigentlich gesagt gerade ach ja begrüßung höre ich dir zu oder was ja hallo und herzlich willkommen zu magica mit dem spasti da hinten der sich jetzt mal kurz vorstellt hallo ok das ist hallo hat er gerade gesagt richtig ja fangen wir mal an würde ich mal sagen womit ja mit dem spiel ich bin zufrieden auf dem land ah was hast du jetzt gemacht was spielen wir denn heute du hast das gemacht hä du hast den grad umgeschmissen ich hab gar nichts gemacht ich hab gar nichts gemacht ahja ich hab gar nichts gemacht ha 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 hast du noch gelernt oh ich hab den echt umgeschmissen ja du hast den echt umgeschmissen das kann mal Wegen kam bei mir etwas verspätet ich glaube ich kann einfach Leute umlaufen weil ich so fett bin ich glaube ich kann einfach Leute umlaufen weil ich so fett bin nicht mehr rum oder was? Alter, ich wollte gerade so einen schönen blöden Witz machen. Okay, dann mache ich es bei ihm. Warte, 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 warte. Und großartig, okay. Och, oh, ah, man, oh. Ah, bist du reakieren. Es ist aus Spoon, es gibt keinen Löffel. Oh, nein. Kann man auch sprinten eigentlich? Ich weiß es nicht, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Mit Steuerung kann ich die Hände zusammenpacken. Guck mal, sieht das cool aus oder was? Kann ich auch. Oh, mit Shift greift man also an. Okay, jetzt aber, jetzt aber. Ich stehe auf ihn. Oh, Mann, war der stumpf. Echt, mei. So, beweg deinen Arsch, komm her. Uts, uts, uts. Geil. So, ich kenne sogar hier den Anfang von der Story schon. Wow, krass. Oh, we started dunke dunke redan. We started dunke dunke redan. We started dunke dunke redan. Echt, du? Ich spiele ein Spelling-Spelling-Spelling-Tools in der Roaster. Wir haben keinen Käse mehr. Scheiße, Mann. Oh, T-A-D! Der Grimmner, ist Campanido! Ist Campanido! Der sieht aus wie ein echter Profi. Was soll da sein? Das war gewollt. Definitiv. Warum haben wir Schaden bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist besser als ziemlich, oder was? Das ist echt schade. Passwort Banana! Ja, echt mal, ey. Was ein Passwort. Hm, hm, hm. Ja, blablabla. Ich hab's eh nicht verstanden. Bin ich schon irgendwie auf die... Ich kann mich nicht... Ah! Ich kann mich bewegen, Micha. Warum kann ich mich... Aha, Leben, Leben. Typ Strahl. Ah, so. Dummi, jetzt muss ich ständig auf dich warten. Ja, musst du. Musst du immer und immer wieder. Musst du auf mich warten. Hier... Alter. Warum mach ich... Ach, ich hab jetzt einen Stab, okay. Was? Mittlere Maus, sagst du? Warte. Hä? Ah. Boah, Charge. Was hab ich denn jetzt gemacht? Warte, wie funktioniert das? Oh Gott. Ah. Äh, wie wirklich den Schauber dann? Bei mir ist das... Ne, mittleren Maus, das muss das bei dir sein. Hä? Komm mir gar nicht klar. Ah, okay. Das ist ja behindert. Was denn? Ich hab mir das irgendwie umgelegt, aber... Was? Was? Ich raff's nicht. Egal. Okay, lass uns gehen. So viel zum Thema. Warte, das muss man irgendwie kaputt machen. Wie war das denn? Wie hast du das gemacht? Wow. Shift und... Alter! Ja, bring mich um, du Arsch! Mann. Errungenschaft freigeschaltet. Sie haben den Gelben getötet. Mann, das ist doch echt so ein Sack, ey. Ah, da bin ich wieder. Die... Hä? Nein. Alter, das ist denn jetzt schon wieder... Ah, Gott, Alter, war das schon wieder scheiße von mir, ey. Ah, geht das doch! Ach, das war... Ja, jetzt... Wie geht das nochmal? Wo bist denn du jetzt? Ich bin tot, ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin gerade gestorben. Sag doch mal, womit macht man dann den Strahl nochmal? Also, rechte Maus hast du den Strahl und bei mir ist das der Daumenknopf auf der Tastatur, äh, auf dem Maus, der dann auf sich selbst auslöst. Also, bei mir... Äh, pfff, ja, genau. Bei dir müsste das im Ausrat sein. Okay. Ich glaube, du bist tot. Nee, glaube ich nicht. Total. Junge! Oh, ey, ich heile dich! Alter! Wieso, wieso stirbst du gerade durch Heilung? Bist du wie so eine Art Unkoter? Mann, wir haben doch nicht mehr richtig angefangen und ich bin schon dreimal gestorben, ey. Ist doch unfassbar. D und F und... Ja, äh, äh, mach mal Strom da drauf. Achso. Okay. Das geht nicht. Mit Sicherheit geht das, guck, sag ich doch. Ja, aber der strahlt die nicht. Stell dich mal ins Wasser, bitte. Äh, nein! Ah! Ich bin nass. Glaube, ich sollte dich heilen. Äh, trocknen, meine ich, mit Feuer. Ich muss mich prüfen. Oh. Ah, da, da, da. Hä, was ist denn bei dir verkehrt? Wieso heilst du dich jetzt? Ich weiß jetzt auch nicht. Okay, jetzt bremst du. Ey, warte! Nein, jetzt hör doch mal auf, bist du okay? Hä? Okay, das heilt dich und Heilung verletzt dich, oder was? Warte mal. Wir müssen das jetzt erstmal testen. Ja, ja. So geht das ja nicht. Ah, hui! Ey, wieso sterbe ich denn jetzt? Verdammt. Äh, und warum kriege ich keine Leben? Ich auch fast nichts. Heil mich mal, bitte. Bringt das mehr? Alter, wie viel Lebenspunkte ich hab. Das ist ja krank. Okay, das war doof. Im Wasser Elektrizität zu wirken ist keine Tutorial. Ach, wir müssen das hier gleichzeitig anschünden. Ja, schade. Ja, super. Äh, warte. Nehmen. Ne, was ist das hier? Shift. Ach, die auch. Ich hab deine Pistole bekommen. Äh? Der ist dein Stab. Oh Gott. Mach mal Shift und Rechtsklick. Warte Gott, ich nehm meinen Stab wieder, meinen alten. Ne, ne, was? Geh mal da zwischen Generatoren und Shift-Rechs-Klick. Äh, Shift-Rechs-Klick. Also mit Elektrizität. Mhm. Voll geil, dass du durch die Elektrizität heilst. Ich versteh ich nicht. Du musst einmal Feuer machen und dann, äh, auf dich selbst wirken. Genau, dann bist du trocken. Und jetzt, äh, Elektrizität und Shift-Rechs-Klick. Yeah. Ja, sowas aber auch. Arkan. Ja, wie wär's? Noch ein Stück weiter? Dann lebe ich auch gleich wieder. Oder auch nicht. Schade. Äh, es. Wie könnte das bloß funktionieren? Ja. Vielleicht schaffst du es, das Tor einzuschnitzen. Oder du guckst nach links unten. Oder das. Äh, äh, äh. Der Blinkzug geht auch nicht, der Generator. Warte, wie komm ich da hin? Wofür hast du nur gerade den Strahl bekommen? Lass uns mal überlegen. Was für den Strahl? Ja, er hat es geschafft. So clever. Oh ja. Darf ich jetzt auch mal wieder? Nee. Du bist gerade viermal gestorben und sofort wieder gekommen. Ich muss jetzt mal... Ja, musstest du. Hm. Das war aber absichtlich. Geh da mal rein. Nee, dann steh ich doch auch, oder? Das ist Quatsch. Äh, Quatsch, ja. Geh mal rein. Muss ich das mit S jetzt? Glaub mir. Kannst schwimmen. Äh, wie komm ich jetzt da rüber? Warte. Oh, das ist einfach. Wuuuuh. Äh, geh einfach rein. Kein Problem. Ja, Maul jetzt. Och, schade. Ich dachte schon, du bist da rum. Äh, wessen Quatsch, ey. Super Quatsch, ey. Ist doch Quatsch. Boom, alles Eis. Hey. Hm. Hey, Wasser verletzt dich. Das ist gut zu wissen. Aua! Nee. Ah, ey. Oh, da bist du aber gleich wieder. Hey, hier ist ein Zauberbuch. Geil. Ja, der hat. Rennen, Forrest. Wenn ich sterbe jetzt. Rennen. Rennen. S. Uuuuh. Die raus nicht. So, Zauber. A, S, F. Der Taste. Und SPI. Welches war denn? Ach so. Ich sollte mir vielleicht auf das rechts durchlesen, wa? Konnte man denn hier durchscrollen? Das war mit... Ah, okay. Brenn in der Hölle. Oh. Mensch, wir sind doch schon wieder so scheiße, ey. Es ist so schön. Sind wir noch nicht da. Wo bist du? Wahrscheinlich erst nach dem Tor. Oh, du kommst aber gar nicht mehr wieder. Ist doch okay. Du kommst echt nicht wieder. Was ist hier los? Doch. Warte, warte, warte. Mach das clever, mach das clever. Ich mach das clever. Guck, ich berate ihn. So, mach mal das. Hä? Mit Weidehärsch. Geil. Utsutsutsuts Geil Ich habe einen Tüter neben Fritz und nicht besucht Die GG sind in Misa Alles klar, in der Topfellnacht war ein neues Bruder von Nitanidu Nein Du hast gelernt Revive Crash auf Desktop Ja, super, du hast mich spätzt in der inneren Artikeln Was? Ich habe gerade im Zauber erlernt Mit dem Mausrad kannst du durchscrollen Was durchscrollen? Ja durch die Zauber die du kennst Ach sooo Die stehen dann unter dir, da ist ne Zauberliste Ja ja, ich steh ich Crash auf Desktop, den musst du mal probieren, der ist richtig gut Crash auf Desktop, den musst du mal probieren, der ist richtig gut Crash auf Desktop, den musst du mal probieren, der ist richtig gut Und wer wird das? Oh Wird fast geklappt Lol, warum heile ich dich? Ja Das funktioniert irgendwie nicht Ah, guck mal, das hält dich Ja, total Hä, du hast doch... Aua Junge Boah, das war viel damit Geil Was hast du gemacht? Ich weiß auch nicht Beleb mich mal wieder Achja, warte Wie ging das? Crash to Desktop, das funktioniert bestimmt Äh, Leben, Blitz Geil Äh Top, okay Warte, äh Blitzer haben mich geheilt, oder? Das ist korrekt Woah Geil Jo Alter Alter Wie machst du nur diese krassen? Ich kann's halt einfach Ja Ja, ich hab das noch nie gespielt, sorry Oh, da gibt es jetzt erstmal ein Schild Ich geb mir selbst... äh So Ich geb mir selbst ein Schild Ding Tschüss Ach, hey Geht der einfach weg, ey Ich glaub takt, ey Ja, ist doch gut jetzt, oder was? Wir wollen ja mal spielen hier, ja? Ja Auf geht's Oh, ja Ha Oh Du Ah Ja 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 Alles gut Halt die Maul Hat sich das jetzt gerade aufgehängt, oder? Was? Hat sich das gerade aufgehängt? Keine Ahnung Geht das bei dir auch nicht weiter? Äh Doch Ich kann auch spielen Hey, bei mir stehst du da einfach nur und machst irgendwas Jetzt hast du die gekillt Ja, da bin ich dabei Ah, jetzt ist es weg, endlich Hey, warum kann ich mich nicht bewegen? Ey, bewegen Das ist voll witzig Ich, äh Heile dich und tut alle anderen Ich kann mich nicht bewegen Ach, schade Ich kann noch nichts machen Kein Problem Das machen wir gleich Ja, kill mich einfach mal gut Du schießt einfach voll an mir vorbei bei mir Ich bin nicht da Echt, ist das so? Ich bin wieder da Hä? Hast du vielleicht deine Tastatur rausgezogen? Nein Hab ich nicht Du bewegst dich auch voll komisch Ich schau bitte nicht Geh, geh, geh einfach mal weiter Na endlich Der Weißwald Was ist denn das? Äh, die Tab-Taste Hallo, ich drücke die Tab-Taste Du läufst irgendwie nicht, sondern du schwebst so komisch bei mir Cool, was ich alles kann Wo bist du denn jetzt? Kann nicht weiter Ich stehe da oben und kann mich nicht bewegen Profi Einfach schön Vielleicht ist ja die Verbindung abgekackt So ein bisschen Halt dich für ein Gerücht Genau, kill mich einfach mal Alter Womit machst du nur diese krassen? Sag doch mal Ja, du musst die mit dem Zauber kombinieren Ich mach jetzt zum Beispiel Arcan Erde und Eis Dann mach ich so mega scheiß Mega Ball Also, du wärst auch ohne mich weiter Ohne mich weiter Okay Tschüss Was haben wir denn hier Schönes? Na du Na du Das ist Batson Du hast den Nidoo geholfen Ja, für mich Okay Also Freunde, ich spiele das jetzt alleine hier Kein Stress Wie konnte man nochmal Range größer machen? Mit mehr Erde, okay Hab ich verstanden Es tut mir fast leid, wenn es mir nicht egal wäre Ach so Hey, wen haben wir denn da? Jemand, der sich immer noch nicht bewegen kann Geil Ah, du ne Du bist nicht 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 Goblins Oh 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 Bitte was? Ah, du ne Du bist nicht 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 Wenn ich mich bewegen könnte, würde ich das gerne tun? Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Folge einmal und Was? Was? Ja, wir sind schon bei 20 Minuten Was? Was? Ja, und ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier mal diese Fehler zu beheben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Was? Tschüss Tschüss Wui 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 Jean